Ich denke, LBC hat ein Spiel gemacht. Wir haben eher die Defensive. Unser Ziel war die Defensive, in der Defensive stabil zu sein. Ich glaube, es hat den Unterschied ausgemacht, dass halt keiner so richtig zur Torschance gekommen ist. LBC ist nicht so durchgekommen, wir haben unsere Konter nicht genutzt. Ja, also wir haben das Spiel gemacht und ich würde sagen, dass wir eigentlich das bessere Team jetzt waren, weil die Gegner sich eigentlich mehr auf die Defensive fast nur konzentriert haben und deswegen würde ich uns schon als besseres Team bezeichnen. Wir haben versucht, das Spiel zu machen und die sind halt einfach nicht durchgekommen. Ich denke mal, der Platz ist groß. Ich glaube, daran lag es eher. Ich glaube, beide Mannschaften haben ein gutes Spiel abgeliefert, sind eigentlich zufrieden mit ihrer Leistung, man hat gesehen, was die Mannschaften können und die Temperaturen haben, glaube ich, nicht so eine große Rolle gespielt, weil man relativ schnell warm wurde. Ja, für uns gab es, denke ich mal, keinen Schlüssel. Wir haben hinten nichts anbrennen lassen, weil wir ziemlich ball sicher gespielt haben, den Gegner kaum zu kontern lassen haben. Auf jeden Fall merken wir, dass unsere Defensive stabil ist. Offensiv können wir noch ein bisschen mehr machen. Bei anderen Mannschaften machen wir wahrscheinlich eher mehr das Spiel und defensiv standen wir gut und sind eigentlich mit unserer Leistung zufrieden. Ja, also erstmal nehmen wir nur einen Punkt leider mit und ich denke mal, wir müssen mehr an unserer Laufarbeit zum Teil arbeiten und daran, dass wir nicht immer nur lange Bälle nach vorne schlagen. Das war unser Problem heute, denke ich mal.